Das MyVectron Berichtsarchiv speichert deine Kassenberichte automatisch und sicher. So kannst du nach der Aktivierung des Berichtsarchivs verlorene oder ausgeblichene Z-Berichte erneut ausdrucken. Vorausgesetzt du hast bereits die MyVectron Cloud und die entsprechenden Soft- und Hardware-Versionen auf deinen Kassen, kannst du das Berichtsarchiv nutzen. Sprich einfach kurz deinen Kassenhändler an, der die erforderlichen Versionen überprüft und gegebenenfalls die Kassen auch mit MyVectron verbindet. Ist das einmal geschehen, zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du die Funktion nutzt. Dazu rufst du zunächst über die Vectron Website in Kunden-Login auf und wechselst hier auf das Login zum Kundenportal. Zur Anmeldung gibst du deine E-Mail-Adresse und dein Passwort an. Hast du dein Passwort vergessen, kannst du hier unten rechts auf die Funktion klicken. Hast du weder dein Passwort noch deine E-Mail-Adresse zur Hand, kannst du meine Kollegen im Support anrufen. Im MyVectron Kundenportal wählst du unter Filialen deine Filiale aus und wählst hier auf der linken Seite unter dem Bereich Dokumentenarchiv Berichte aus. Hier kannst du direkt den Bericht für heute oder gestern abrufen, vorausgesetzt ein Z-Abschluss wurde erstellt, so wie es der Gesetzgeber fordert. Ich gebe hier als Beispiel meinen etwas größeren Zeitraum ein und klicke anschließend auf Suchen. Hier erscheinen nun die Z-Berichte, die in dem gewählten Zeitraum erstellt wurden. Über das Briefsymbol können wir den entsprechenden Z-Bericht per E-Mail versenden. Über das Wolkensymbol können wir den entsprechenden Z-Bericht als PDF-Datei herunterladen. Zur Anzeige wird ein PDF-Reader benötigt. Der ist bei modernen Internetbrowsern fast immer schon direkt enthalten. Alternativ kannst du dir auch kostenlos den Acrobat-Reader herunterladen, um die Dateien anzuzeigen. Der Z-Bericht sieht exakt so aus, als wenn du ihn an der Kasse gedruckt hättest. Speziell an der Kasse programmierte Zusatzberichte sind darin nicht enthalten. So einfach erhöhst du mit dem Berichtsarchiv automatisch deine Datensicherheit und kannst die Berichte bei Bedarf ganz unkompliziert abrufen.